Das ist Dombern. Und dann Schnackenburg. Jetzt anschauen hier. 14. 4. 2013. Dombern. Alles so wie früher. Kannst ein Museum draus machen hier. Ja, hab ich doch gesagt. Da gibt's wieder ein Pferdekutscher. Runden und so. Dann haben wir die. Mal gucken hier. Da ist eine Hyene oder so. So. Trau ich nicht über den Weg. Oh man. Echt ein Museumsdorf. Ich glaub jetzt ist auch Schluss. Oder gehst du da doch noch weiter? Ja, gehst noch weiter. Mal runter. Ja, geht noch weiter. Nicht verzagen. Ist gar noch ein Pfeil. Naja. Aber ist ein Pfeil dran. Geht der wohl noch weiter. Ja. Oder wir drehen hier, ne? Ja, besser. Gut, drüber um. Kommt nichts mehr. Na gut. Dann brauchen wir vom Auto her. Wenn das Auto nachher kommt. Dann kommen wir auch längs. Rummern. Hier. Kühe und sowas. Hier. Schwarzbunte. Vielfältige. Gegebenheit. Na, das wird wohl hier im Feld nicht sein. Ich finde irgendwo. Da hinten. Da hinten. Ah, wir schauen uns weiter zu kommen. Das ist wirklich inkolant. Hier hat die Geschlachtlöcher. Guck mal an. Da hinten gucken. So, das war eine schöne Reise. Durch kommen wir an. Mal hinten gucken. Hier ist die Geschlacht. Und wir fahren. Und tschüss.